Moinsen und herzlich Willkommen zurück zu meinem Let's Play Planet Base. Also erstmal an euch alle jetzt mal die Frage. Ich habe festgestellt ich habe jetzt schon die nötigen Meilensteine erreicht um jetzt schon auf dem Eisplaneten spielen zu können. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, Möchtet ihr, dass ich jetzt hier in diesem Spielstand weiterspiele oder möchtet ihr, dass ich quasi eine neue Basis auf dem Eisplaneten anfange? Also ich muss sagen, mich persönlich würde der Eisplanet ja fast schon mehr reizen. Den Wüstenplaneten kennen wir jetzt so ein bisschen. Wir kennen die Herausforderungen und ich glaube ich komme hier eigentlich auch schon ganz gut klar. Das heißt es wird wahrscheinlich aus vielerlei Hinsicht spannender sein auf dem Eisplaneten jetzt direkt weiter zu machen. Ich werde jetzt aber noch die nächsten, ich glaube so mindestens zwei Folgen noch hier weiterspielen. Und ich werde mal abwarten, was ihr dann so drunter schreibt. Also wie gesagt, wenn ihr das dann jetzt unter diese Folge drunter geschrieben habt, was passieren soll, heißt das nicht, dass es in der nächsten Folge gleich auf dem Eisplaneten weitergehen wird. Ja, weil ich brauche so ein bisschen Puffer. Ja, damit ich weiß was rauskommt und dann auch entsprechend reagieren kann. Das kann ich leider nicht täglich berücksichtigen. Das habe ich euch ja schon mal erklärt, wie das zusammenhängt. Weil ich halt immer ein bisschen Vorlauf haben muss. So, in einer der vorangegangenen Folgen kam es zu einer interessanten Diskussion. Und zwar hat Pölkuhn geschrieben, hör auf Credits zu kaufen. Das ist als wenn du jemandem 20 Euro gibst und er dir nur 10 zurück gibt. Ja, das habe ich schon festgestellt, das ist tatsächlich richtig. Das weiß ich selber auch, ja. Nur um das mal klarzustellen. Also ich weiß, dass diese Kommission für mich ein Nachteil ist, wenn ich Geld, also wenn ich gegen Geld was tausche. Ja, das ist halt so. So, dann darauf schreibt André Liening, ganz im Gegenteil. Gerade jetzt, wo er noch nicht alle Patente hat oder auch noch Engpässe auftreten können, ist es wichtig, einen Polster zu haben. Das ist auch so ein bisschen meine Herangehensweise. Dass ich halt versuche, ja, die Lager ein bisschen leer zu machen. Halt unnütze Güter, die ich halt definitiv nicht brauche. Halt gegen was Sinnvolles einzutauschen, so ein bisschen. Aber man kann ja auch mit den normalen Sachen handeln. Durch die Kommission verliert man Geld. Mein Verständnis ist aber, es ist vollkommen egal, was ich handle. Es gibt immer eine Kommission drauf. Die Kommission ist nur mal niedriger und mal höher. Da meinte zum Beispiel auch der Alan, meinte, dass ich halt warten soll, bis ein Händler kommt mit einer niedrigen Kommission. Aber ich sag's mal ganz ehrlich, da muss ich dazu auch sagen, das ist hier ein Let's Play und ich hab halt nur eine Stunde Zeit teilweise an einem Tag, um was aufzunehmen. Das heißt, ich muss irgendwie in einer Folge dann auch mal zu einem Ergebnis kommen. Und wenn dann halt, wenn ich dann halt gerade dieses eine Patent brauche oder haben möchte unbedingt in dieser Folge, ja, dann führt für mich halt kein Weg dran vorbei, das eben auch mal zu schlechten Konditionen zu kaufen oder zu erhandeln, ja. Und um das so ein bisschen zu kompensieren, oh scheiße, jetzt kommt hier ein Sandsturm, wenn ich hier was erkläre, das geht ja mal gar nicht. Alarmstufe Gelb. Ach, das war witzig, das hat der Virus übrigens auch spekuliert, weil ich so oft Alarm gebe, dass die Leute hier deswegen nicht so gut schlafen und alle müde sind. Das ist übrigens eine sehr gute Erklärung. Mein Alarm ist nämlich schuld, deshalb können die hier alle nicht schlafen. Das ist, das würde ich sogar unterschreiben, ja. Das ist echt eine gute Erklärung. Ne, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, also um dieses Problem halt ein bisschen zu umgehen, versuche ich halt Credits zu guten Konditionen zu bekommen. Also euch ist ja vielleicht schon aufgefallen, obwohl ich halt auch mal Credits nehme, dass ich versuche oder ich bemühe mich, diese Credits zu besseren Konditionen zu bekommen, also bei einer niedrigen Kommissionsrate. Und dass ich zum Beispiel auch mal zu einem Händler sage, wo jetzt eine hohe Kommission ist, dass ich dann auch mal sage, okay, nee, den lasse ich jetzt fliegen. Aber fürs Zeitmanagement, für mich ist es halt teilweise besser, wenn ich dann jetzt so wie hier, wenn ich jetzt hier so ein prall gefülltes Lager habe, wenn ich dann halt auch mal Sachen gegen Credits einfach verkaufe. Ja, es ist halt, also aus meiner Sicht ergibt es Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Es ist halt so das Ding, viele Sachen ergeben sich halt auch so ein bisschen aus der Notwendigkeit eines Let's Plays, weil du hast halt nur 20 Minuten pro Folge. Und das ist eigentlich für so ein Spiel, muss man mal sagen, ist es nicht viel Zeit. Ja, bei so einem Aufbauspiel, weiß ich, da vergehen locker mal Stunden, bevor man was erreicht. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die der Alan geschrieben hatte, zum Beispiel, da hat er irgendwie geschrieben, Spielbär, du reißt ja schon wieder deine kleinen Windräder ab, Facepalm. Ja, okay, ja gut, Facepalm ist immer dahingestellt, das ist eine Reaktion, die würde ich schon so zumindest als grenzwertig bezeichnen. Ich sag ganz ehrlich, ich spiel das Spiel noch nicht so lange. Ich weiß jetzt nicht, wie, ob der Alan das Spiel spielt und ob er das schon länger spielt, kann ich jetzt absolut nicht sagen. Aber der Punkt ist halt einfach, ich spiel das Spiel jetzt vielleicht, ich spiel das Spiel halt einfach nur so lange, wie das Let's Play läuft. Und das Let's Play läuft jetzt gerade mal, also zum aktuellen Zeitpunkt sind das glaube ich 21 oder 22 Folgen, müssten das jetzt sein. Und das ist nicht viel Zeit, das sind halt 21 mal 20 Minuten, so ungefähr. Und das ist, keine Ahnung, das ist wenig Zeit, dazwischen sind immer längere Pausen. Das heißt, ich versuche halt die Sachen, die ich normalerweise in, keine Ahnung, zwei oder drei Stunden zusammenhängendem Gameplay versuche zu machen, muss ich halt über mehrere Tage, teilweise Wochen verteilt machen und das dann halt so irgendwie ausprobieren auch. Und dann teilweise noch berücksichtigen, was ihr mir geschrieben habt, das ist der Sandsturm zu Ende, da sollte ich mal den Alarm ausmachen. Das heißt, das sind Trial and Error Sachen, die könnt ihr vielleicht, wenn ihr das selber spielt, keine Ahnung, so in zwei Stunden mal ausprobieren, denn ihr seht sofort das Ergebnis. Bei mir liegen da immer Zeiträume dazwischen. Und wenn ich da halt mal so eine Kleinigkeit wie diese Windräder Sache ausprobieren will, dann zieht sich das über einen langen Zeitraum bei mir. Über einen langen Zeitraum mit vielen kleinen kurzen Sitzungen, die halt, wo es halt schwer ist, einen Zusammenhang herzustellen. Das heißt, klar macht man da auch mal Fehler und klar wiederholt man da vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler, weil, das muss ich auch sagen, ich gehöre nicht zu den Let's Playern, die, wenn sie einen Fehler machen, keine Ahnung, die Aufnahme verwerfen und dann einfach neu aufnehmen. Ja, weil das könnte ich auch machen. Ich könnte jetzt hier den absoluten Ober-Pro-Skiller raushängen lassen, ja, und könnte sagen, ja, ich habe das Spiel nach fünf Minuten sofort umrissen und bin hier absolut perfekt am Starten. Dabei habe ich, keine Ahnung, Offscreen fünf Stunden gespielt, damit ich das Spiel kann und euch dann irgendwie in Aufnahmen das perfekte Gameplay zeigen kann. So eine Scheiße mache ich nicht, ja. Das muss ich an der Stelle gleich mal sagen. Und, ähm, das ist mir wichtig, dass ihr das auch zur Kenntnis nehmt und eben deshalb auch zur Kenntnis nehmt, dass ich da eben auch in dem Zusammenhang Fehler mache. Ja, das ist ganz einfach so. So. Und deshalb finde ich das nicht so ganz in Ordnung, wenn dann so mit so Reaktionen gekommen sind wie Facepalm und so, ja. Weil Facepalm ist schon abwertend, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ich glaube, jeder macht auch mal Fehler. Und gerade bei so komplexen Sachen wie Aufbauspiele, da darf man, glaube ich, auch Fehler machen. Das ist, glaube ich, kein Grund, wo man sich für schämen muss. Ja, muss ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen. So. Ich, äh, werde jetzt hier auf jeden Fall versuchen, diese, ähm, dieses Patent zu bekommen für diesen Bohr-Bot. Äh, Ressourcen habe ich ja genug dafür. Nehmen wir mal die guten Ersatzteile. Vielleicht auch das bisschen Eisen hier. Ja, ein bisschen was davon. Die Medikamente behalte ich mal lieber. Da ist es, glaube ich, ganz gut, was in der Rückhand zu haben. Und den Rest, den kompensieren wir mit Credits. Die Kommission ist eigentlich auch relativ, relativ günstig. Ja, es ist wenigstens keine Kommission über 50%. Ich sag mal so, alles, was nicht über 50% ist, gerade jetzt was Patente angeht, würde ich jetzt noch als okay bezeichnen. Ja, das ist jetzt auch nicht günstig, aber es ist zumindest kein Wucherpreis. Deshalb kann man das jetzt hier an der Stelle durchaus machen. Ja, und ich meine, ich erkläre euch ja auch immer, wie ich jetzt bestimmte Entscheidungen treffe. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ach, ich habe jetzt gerade Lust dazu. Ja, ich versuche euch das da schon zu erklären, warum ich bestimmte Sachen mache. Ne? So, jetzt sind die hier gut am Start. Wir drehen mal wieder die Zeit ein bisschen hoch, dass das hier ein bisschen schneller läuft. Und ich weiß auch natürlich aus der Sicht des Zuschauers ist das halt natürlich auch frustrierend, weil es ist natürlich kein Livestream. Das heißt, wenn ihr mir Tipps gebt, gibt es halt so ein paar Hindernisse. Ja, also erstmal muss ich das natürlich gelesen haben. Ich muss es mir gemerkt haben, dass ich es bei der nächsten Sitzung, die dann teilweise vielleicht erst in mehreren Tagen stattfindet, dass ich das dann auch entsprechend berücksichtige. Ja? Und das ist natürlich für den Zuschauer dann auch frustrierend, wenn ich das vielleicht dann nicht berücksichtige, weil ich es vielleicht vergessen habe oder sonst was. Und klar, dann will ich auch nicht ausschließen, dass das dann solche Reaktionen wie Face, Palm oder, ah, warum machst du denn das jetzt schon wieder, ja? Warum das das dann provoziert so ein bisschen auch. Aber das liegt halt in der Natur der Sache. Das muss sich halt jeder, der das hier guckt, auch irgendwie immer ein bisschen vergegenwärtigen. Es ist ein Let's Play, es ist keine Live-Aufnahme. Das heißt, wenn ich das jetzt als Livestream machen würde, ja, und das soll jetzt nicht irgendwie ein Ansporn daran sein, dass ihr jetzt hier Livestreams zu Planetbase fordern könnt. Nein, nein. Aber, also wenn ich das jetzt hier als Livestream machen würde, wäre die Situation natürlich wesentlich anders. Dann könnte ich das sofort umsetzen, ja, was ihr mir so an Tipps schreibt. Dann ist dieser Lernprozess und quasi die Fehlerkorrektur eurerseits ist natürlich viel unmittelbarer, ja, und viel abgekürzter. Ich habe immer so das Gefühl, dieses Konzept Let's Play leidet so ein bisschen darunter unter der Tatsache, dass es Livestreams gibt und dass die Leute halt erwarten, dass man alle Kleinigkeiten, die ihnen auffallen, selber erstmal sofort automatisch erkennt. Und dann auch direkt umsetzt, nur weil sie es geschrieben haben. Aber das ist leider eben nicht so. Das funktioniert nicht immer. Das ist schade, aber das ist halt Let's Plays. Ich glaube, früher, also früher war alles besser, ja, das wissen wir ja. Aber ich glaube, als Let's Plays noch relativ neu waren, da glaube ich, war das Verständnis bestimmt noch ein anderes, wo auch das Konzept Livestream noch nicht so verbreitet war. Da war das, glaube ich, da war, glaube ich, die Geduld der Zuschauer auch ein bisschen eher da, sage ich mal, ja. Also, und ich will nicht damit sagen, dass ihr ungeduldig seid. Wie gesagt, ich kann das durchaus nachvollziehen, auch, warum bestimmte Reaktionen kommen. Aber an der Stelle möchte ich halt einfach nur darauf hinweisen, dass es halt auch bestimmte Gründe hat, warum ich so spiele, wie ich spiele. Und nicht zuletzt natürlich auch deshalb, weil ich eben auch Dinge ausprobieren möchte, auch wenn sie vielleicht falsch sind. Aber vielleicht möchte ich ja zum Beispiel auch herausfinden, was passiert. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die kleinen Windräder abreiße, ja, wie der Ellen da gesagt hat, das ist ja vollkommen blödsinnig, dass ich das mache, keine Ahnung. Aber vielleicht will ich ja einfach mal gucken, was dann passiert und ob das vielleicht doch irgendwie funktioniert. Ja, kann ja sein. Ich will ja erst mal sehen, was passiert auch. Und vielleicht will ich es euch ja auch zeigen, dass ihr dann vielleicht auch selber seht, oder jemand, der das Spiel vielleicht auch nicht so wahnsinnig schnell versteht, dass er dann erkennt, okay, vielleicht ist es jetzt doch nicht so eine gute Idee, sofort die Windräder abzureißen, sondern die erst mal stehen zu lassen. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen auch mal ein bisschen die Handbremse anziehen. Ja, es gibt auch Leute, die das vielleicht nicht so schnell umreißen, alles. Ja, und ich mache halt für alle auch Videos, das muss man dazu auch sagen. Und da ist es, passt es glaube ich ganz gut, dass ich vielleicht auch die ein oder andere Sache nicht so schnell checke. Das sind halt immer so Dinge, naja, sind eigentlich liegen die auf der Hand, aber ich erwähne es nochmal. So, jetzt haben wir wieder ein prallgefülltes Lager oder beziehungsweise immer noch. Wir sind ja gut am Produzieren. Das muss ich auch mal sagen, obwohl halt so über so Kleinigkeiten immer so sehr, oder obwohl so sehr der Finger auf bestimmte Kleinigkeiten gezeigt wird, zum Beispiel die Sache mit den Windrädern. Gut, da habe ich halt mal einen Fehler gemacht. Muss ich sagen, das Spiel, also insgesamt, ist schon, was jetzt Fehler angeht, die vom Spieler her kommen, schon relativ gut darin, sie zu verzeihen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich anhand eines kleinen Fehlers jetzt irgendwie scheitere. Also, ich schramme immer so ganz knapp, wenn ich wirklich gravierende Fehler mache, schramme ich noch so ganz knapp am absoluten Scheitern der Kolonie vorbei. Ja, und das ist für mich eigentlich auch, naja, wie soll ich sagen, ein Hinweis darauf, dass das Spiel auch für Anfänger ganz gut geeignet ist, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag ein Aufbaustrategie-Spiel spielen. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Banished, Banished war in der Hinsicht viel härter. Ja, also, hast du bei Banished einen Fehler gemacht, also wirklich nur einen kleinen Fehler, dann sind ja die Leute weggestorben wie nichts, ja. Und hier, das geht im Prinzip noch. Also, man muss halt wirklich die Energie, das Energieniveau muss man halt im Auge behalten und vielleicht so die ein oder andere Ressourcenproduktion, vor allem hier Sauerstoff und so. Da muss man halt gucken, aber ansonsten geht das alles irgendwie noch. Also, sie sind mir noch nicht verhungert oder so. Wenn ich dran denke, wie oft die mir bei Banished teilweise verhungert sind, auch wo ich dann selber mal Offscreen für mich selber gespielt habe, also nicht im Let's Play, das ist teilweise echt heftig gewesen. So. Haben wir hier. Wie viel Kommission hast du? 60 Prozent. Okay, seht ihr? 60 Prozent hat er. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sage, okay, dem muss ich jetzt nicht unbedingt was in den Rachen schmeißen, ja. Weil der hier Bucherpreise hat. So, das heißt, ich entlasse diesen Händler wieder. So, und dann würde ich mal sagen, wir stellen mal die Produktion auf Bohrbots um, weil wir sie ja auch gerade gekauft haben. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier, also wenn jetzt hier die Produktion schon gelaufen wäre, wenn jetzt hier Prozente verteilt worden wären, ja, und ich hätte jetzt die Produktion von einer Roboterart auf die andere umgestellt, wäre das dann weg gewesen? Ich probiere das jetzt mal, ja. Das ist jetzt auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, es kann sein, dass dann jetzt die Prozente weg sind. Ich will das jetzt einfach probieren. Aha, okay. Die Prozente sind weg, alles klar. Aber die Ressourcen sind nicht weg. Das ist schon mal gut. Also, sie müssen wieder von vorne anfangen. Okay, das finde ich aber auch gut, dass es so ist, muss ich sagen. Weil es wäre auch irgendwie unlogisch, wenn du anfängst, aus Teilen einen Roboter zu bauen und dann soll der eine ganz andere Funktion haben. Das heißt, du brauchst ganz andere Teile und das Ding wird trotzdem normal weiterproduziert. Das wäre ein bisschen unlogisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, jetzt könnte man argumentieren, dass die Teile hier erhalten bleiben, ist auch irgendwie ein bisschen unlogisch. Aber, okay, das ist halt, finde ich, gegenüber dem Gameplay wieder so ein bisschen Fairness, weil es dauert halt ewig, bis solche Halbleiter fertig sind. Und da wäre es für den Spieler halt arschig, wenn das Ganze dann einfach weg ist. So. Habe ich mal ein bisschen mehr erzählt. Diesmal auch ein bisschen mehr Sinnvolles, ja. Ich habe mir schon so ein bisschen überlegt, die letzten paar Folgen, ich weiß nicht, da bin ich immer so nur am drüber reden, was eigentlich passiert. Und ich sage eigentlich nur, was hier im Spiel passiert. Aber ich will mal versuchen, vielleicht auch mal so in den nächsten Folgen so ein paar Dinge anzusprechen, die sich vielleicht aus den Kommentaren heraus kristallisiert haben. Und vielleicht auch mal Dinge, die da ein bisschen drüber hinausgehen, über diese ganze Angelegenheit. So, jetzt schauen wir mal. Aber jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen konkreter ums Spiel kümmern gerade. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas vergesse. Was nämlich auch sehr häufig gefordert wurde, in den Kommentaren, ist ein Raumhafen. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Landeplatz, Raumhafen, weiterentwickelte Landeeinrichtung, große Kolonisten, Handels- und Besucherschiffe können hier landen. Okay, 10 Eisen, das haben wir ja sogar. Also 10 mal Metall. Sollte ich schon in der Nähe einer Luftschleuse bauen. Es wurde auch gesagt, ich soll eine Luftschleuse hier bei den Minen bauen, dass die nicht immer da so weit laufen müssen. Das können wir eigentlich zuerst mal machen, bevor wir jetzt hier einen Raumhafen bauen. Geht das dahin? Jawohl, das geht dahin. Guckt mal. So. Habe ich euch diesen Wunsch jetzt auch erfüllt? Weil das wurde auch ein paar Mal jetzt schon erwähnt, dass ich hier Verbindungen hinmachen soll, dass die, wenn jetzt zum Beispiel ein Sandsturmalarm ist und die laufen aus der Mine in die Base, dass die nicht so weit laufen müssen. Und ja, das muss ich unterschreiben. Das ist eine sinnvolle Ergänzung hier. Muss man ganz klar sagen. Weil sie sind ja offensichtlich nicht so schlau, dass sie bei einer Katastrophe in einer schützenden Einrichtung bleiben. Deshalb muss man denen halt dann dafür sorgen, dass sie wenigstens dann einen kurzen Weg haben und sich nicht auf dem Weg zur Luftschleuse dann irgendwie noch verirren oder weggepustet werden. So wie der Mad Damon. Dem Mad Damon ist ja auch sowas ähnliches passiert. Mad Damon. Und wer jetzt denkt, ich habe ihm den Marsianer gespoilert, das passiert in den ersten 10 Minuten. Also so ein wahnsinnig großer Spoiler ist das jetzt nicht. Ich glaube, das war sogar in den ganzen Promotions zu sehen. Und im Trailer glaube ich sogar auch. Deshalb ist das jetzt kein großer Spoiler des Films. So. Da wird schon gebaut an der Luftschleuse. Hallo, baust du mal den Rest hier auch noch? Tja, macht einfach Feierabend. Ich glaube es ja nicht, ey. Der macht einfach Feierabend. Kann ja wohl nicht angehen. Wir haben jetzt ganz schön viele Bots, ne? Wir haben eins, zwei, drei. Drei Transport-Bots haben wir jetzt, ne? Aber ich kann ja hier in der Übersicht gucken. Wir haben sieben Transport-Bots. Ein Bau-Bot, das ist okay. Noch kein Bohr-Bot. So, hier sieht's ganz gut aus. Wir haben jetzt wieder eine neue Luftschleuse. Dann machen wir doch mal als nächstes hier unten ist ja auch eine Luftschleuse. Kann ich da vielleicht? Ne, das ist... Ich will halt den Raumhafen auch nicht so weit weg bauen irgendwie. Aber ich würde sagen... Was ist das jetzt hier? Ein Handelsschiff. Gucken wir mal, was hat der drin? Wie viel Kommission? 50 Prozent. Ah, das ist ein bisschen viel. Wir haben auch irgendwie nicht mehr so viel Nahrung. Guckt mal. Muss ich jetzt aufpassen. Am besten... Wartet mal. Ich entlasse den mal. Am besten, ich baue mal hier im Biodom noch ein Feld für Nahrungsmittelproduktion. Machen wir mal Rettich. So, und... Zwiebeln. So, jetzt ist der Biodom hier auch voll. Alles klar. Gut, da würde ich sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Planet Base und da bauen wir einen Raumhafen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020